Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Dreamfall Captures. Komm schon. Mein Geppet ist gerade aus. Tut mir leid, es geht sofort weiter. Hallo. Na ja. So. Sieh mal an. Sie hatten ja gesagt, dass es im selben Viertel ist. Er bewacht die Tür dieses Hauses. Dort muss es sein, wo der Assadi-Offizier sich mit seinem Mädchen trifft. Der wird uns mit Sicherheit nie reinlassen. Wir können ihn mit Sicherheit ohnehin ansprechen, oder? Der entdeckt uns doch. Hier finden offizielle Angelegenheiten der Assadi statt. Ihr solltet euch umdrehen und gehen. Okay, das wird wohl so nichts. Schön animiert. Ich fühl's schön hier. Gefällt mir ein bisschen. Ich drehe mich mal noch ein kleines Stück lauter. So. Die Magischen halten ihre Köpfe hoch erhoben, trotz der Bedrohung durch die Assadi. Ein Beweis ihrer Widerstandskraft. Hm. Wichtige Angelegenheiten. Ich habe die nicht magischen Arzneien, die euer Köpfe, ich hoffe, in keinem... Ich finde einen Weg für Ablenkungen zu suchen. Da habe ich ja gerade gesagt. Ich mache mich hier so an. Wie wäre es mit einer leckeren Zauberschnitte? Auf eurem Schild steht Zauberschnitten und Feuerblumen. Ach ja. Früher habe ich die besten Feuerblumen in der Altstadt gemacht. Spektakuläre Dinger, die den Nachthimmel erhellten. Wunderkerzen und Leuchtfeuer, Böller und Sternenregen. Aber das war einmal, fürchte ich. Alchemie fällt heutzutage wohl unter die Definition von Magie und ist daher strikt verboten. Ich kann euch jedoch eine köstliche Zauberschnitte machen, garantiert magiefrei und ohne Schnittwunden. Dammte Kacke. Ich habe früher schon Feuerwerk gesehen. Es ist spektakulär und macht eine Menge Krach. Eine perfekte Ablenkung. Wir brauchen also eine Feuerblume, die ich sie nicht herstellen will. Selbst wenn ich hungrig wäre, klingen diese Zauberschnitten recht dubios. Aber wenn es dabei hilft, sie abzulenken... Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ich werde später zurückkommen. Ich habe früher... Ich möchte gerne eine eurer Feuerblumen kaufen. Da kann ich euch nicht helfen, fürchte ich. Die Asadi haben den Gebrauch von Leuchtfeuern, Böllern, Wunderkerzen und Sternenregen untersagt. Die gesamte Alchemie. Was ist mit den Zutaten? Ich bräuchte nur einige eurer Pulver und... Mir sind die Hände gebunden, mein Freund. Oder zumindest werden sie das, falls ich euch welche von meinen alchemistischen Pulvern und Trinken verkaufe. Die Anordnungen sind ziemlich klar. Es darf keinerlei Handel mit magischen Gegenständen geben. Es dürfte sogar besser sein, wenn ich diese Chemikalien nachher wegräume. An diesem Ort wimmelt es von Bettlern und Dieben. Gibt mal einen Lachs! Kommt hier rüber, mein Freund, an meine Zauberschnittentheke? Verdammte Kecke! Kommt hier rüber, mein Freund, und wir können los! Kommt das Ganze auf ein gebratenes Fladenbrot, auf ein gedämpftes Hefebrötchen oder in eine gebackene Getreidetasche? Ähm... Was war das? Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich bin ziemlich sicher, dass das keine Rolle spielt. Getreidete Backentasche? Getaschte Treidebacke. Äh, Getreidetasche. Gebacken. Ach, mein Gleichgewicht. Gebackene Getreidetasche. Na also. Hey, was macht ihr? Ich hab doch gesagt, ihr sollt da stehen bleiben. Oh gut, ihr seid zurück. Jetzt bleibt aber stehen, während ich eure Zauberschnitte zubereite. So, Fleisch. Heute habe ich geräucherten Elkwann, eingelegten Salzwasserbeißer und Kätzchen-Carpaccio. Kätzchen? Ein Biss eines ausgewachsenen Salzwasserbeißers bedeutet für das Opfer einen qualvollen, langsamen Tod. Wir hatten manchmal gekochten Elkwann in der Mönchsfeste. Er schmeckte nach Schuhwerk und ganz gleich, wie lang und fest man darauf rumkaute, das Fleisch gab nie nach. Hm. Kätzchen? Kätzchen? Entschuldigt, das ist Kätzi-Carpaccio. Eine Delikatesse vom Rosenhof. Schmeckt eher so nach, ähm, nach Hündchen. Hündchen? Hündchi. Das ist ein Vogel. Ganz ähnlicher Geschmack wie Henshin. Ah, ja. Dann, äh, das bitte. Und nun ein Schuss hiervon? Habe ich nicht gesagt, ihr sollt still stehen bleiben und euch... Wo wart ihr denn? Mann! Es ist sehr wichtig, dass ihr genau da stehen bleibt, während ich Zauberschnittere. Das ist eine empfindliche Kunst. Nur, dass ihr's wisst. Seid lieber noch nicht satt, seid lieber noch nicht tot. Das Zauberschnitttermesser schneidet euer Brot. Zur Sonnenseite Eero. Zu anderen das Fleisch. Die Zauberschnitterei ist... Ich kann keine richtige Zauberschnitterei ausführen, wenn ihr... Ah, da seid ihr ja. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern, still stehen zu bleiben. Ja, ich bin ja, ja. Und nicht herumzulaufen, während ich mich der empfindlichen Kunst der Zauberschnitterei widme. Warte mal, ich hab ne andere Idee. Und nun ein Schuss hiervon? Moment. Hey, was macht ihr? Ich hab doch gesagt, ihr sollt da stehen bleiben. Moment. Moment. So, dass nichts wieder schnell erläuft. Ein Mitternachtshacken... Wo ist er in dieser kleinen Begle? Hier. Hallo. Habt ihr diesen Überläufer gefunden, den ihr gesucht habt? Nein, aber das war meine Schuld. Ich habe den falschen identifiziert. Oh. Unsere gesamte Mission war also Zeitverschwendung? Jo. Sicher nicht. Wir kriegen ihn irgendwann. Und ich konnte sehen, wie Onur Hilleris zu seinen Anhängern gesprochen hat. Das könnte uns von Nutzen sein. Gut. Seid ihr auf einer weiteren Mission? Vielleicht. Es tut mir leid, Junge, aber ich bin ziemlich beschäftigt. Nein. Lass mich helfen. Bist du ne... Ich werde ihn nicht mehr... Er könnte sich tatsächlich als nützlich für mich erweisen. Mhm. Ist ja schon so. Du möchtest helfen? Ja. Selbst wenn es gefährlich ist? Na, was glaubt ihr denn? Was weißt du über Feuerwerk? Ihr meint Feuerblumen? Ich weiß alles. Mein Vater macht jedes Jahr zum Wendefest bakchevanische Kerzen. Na schön. Komm mit. Ja. So. Schnell. Schnapp dir diese Zutaten. Geht klar. Dieb. Weg da mit dir. Kleiner Bastard. Sonst rufe ich die Stadtwache. Verstehen. Verstehen. Ja. 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 Ich will. Ich führe meine Zauberschnitterei hier aus. Nicht da drüben, sondern genau hier. Häppchen. Seid lieber noch nicht tot. Seid eh lieber noch nicht tot. Nehm die Chemikalie. Zauberschnitttermesser schneidet euch. Hey. Hey. Was soll das werden, du kleiner Dieb? Hab der Schiss. Nein. Das muss doch gehen, Mensch. Ihr seid also zurück. Wieder mal. Soll ich mir überhaupt die Mühe mit eurer Zauberschnitte machen? Bitte. Na los, kommt her. Die Zauberschnitterei beginnt gleich. Vielleicht müssen wir ein bisschen Zeit geben. Zur Sonnenseite Käse. Zu anderen das Fleisch. Die Zauberschnitterei ist... Irgendwas war das, ähm... Gekreisch? Häppchen, Gaumenfreuden, Leckerbissen. Wie wäre es mit ein paar fermentierten Mondsamen dazu? Alles bitte. Hervorragend. Jetzt. Nimm die Chemikalien. Schnell. Mach schon. Ja. Gut. Hier bitte genau wie bestellt. Größtenteils. Ein paar Änderungen musste ich vornehmen. Denkt daran, gut zu kauen und schluckt nicht zu früh. Sollte euch irgendetwas Unwohlsein bereiten, dürfte ein Löffel Essig Abhilfe schaffen. Falls nicht, sucht bitte umgehend einen Arzt auf. Mhm. So. Wo ist er denn? Unser kleiner... Unser kleiner Handlanger. Ja. Alles zugelassen und genehmigt. Keine Hexerei. Wie war das? Das war perfekt. Aber denk dran. Stehlen ist falsch. Ich hab mir gesagt, ich soll stehlen. In diesem Fall war es gerechtfertigt. Aber stehlen nicht. Du würdest deine Hand verlieren. Oder deinen Kopf. Hier ist das Zeug. Mein Stand ist immer gerömmt. So. Was machen wir denn, Junge? Ich hoffe, der hat alles geklaut, was wir brauchen. Oh, sieht so aus. So. Ja, genau. Noch mehr. Du hast gesagt, dein Vater hat dir beigebracht, wie man Feuerblumen herstellt? Naja, so in der Art. Er hat bakchevanische Kerzen gemacht und ich hab ihm dabei zugesehen. Aber er hat sie mich nie selbst machen lassen. Meinte, ich könnte mir die Finger absprengen oder die Augen ausbrennen. Aber ich kann euch dabei anleiten. Na gut. Womit muss ich anfangen? Mach zuerst die Glitzerkugeln. Ich weiß nicht genau, wie man Glitzerkugeln macht, aber bei meinem Vater waren sie nachher ganz... ...glitzerig. Keine Hexerei. Entschuldigung? Zuerst die Glitzerkugeln. Mein Stand ist immer geöffnet. Das sind dann wahrscheinlich... ...müssen wir die Rot... ...Krü... ...Krü... ...Krütenhuten. Das ist bestimmt, äh... ...keine Ahnung, wovon wir das sagen. Rohr aus Schichtchen Papier. Das U. Das Zeug ähnelt unserem Schwarzpulver, aber es brennt länger und langsamer. Es ist ein mächtiger Sprengstoff, der als Treibladung für Musketen und Feuerblumen verwendet werden kann. Okay, das brauchen wir, denke ich, zum Schluss. Blutrote Krume wird verwendet, um Dinge dunkelrot zu färben. Mein Stand ist immer geöffnet. Tag und Nacht. Sonnenwurmessenz wird gewonnen, indem man die Würmer der Sonne aussetzt, bis sie Blasen werfen und zu Gären beginnen. Dann werden sie zerquetscht und der Saft in Flaschen gefiltert. Das klingt doch, als könnte man... Nee, so ne. Als könnte man damit dann leuchtende Kugeln oder glitzernde Kugeln herstellen. Gut. Jetzt müsst ihr das Feuerpulver machen. Irgendwie. Mein Vater hat diesen Teil nie so richtig erklärt. Ich weiß nur, dass es ein Pulver ist, das Pssssst macht, wenn man's anzündet. Pssssst macht, wenn man's anzündet. Mein Stand ist immer geöffnet. Tag und Nacht. Nun müsst ihr die Zutaten bloß noch in einem Rohr zusammenfügen. Das sollte leicht sein, oder? Ihr fangt mit dem Feuerpulver an. Das kommt nach unten. Und dann die Glitzerkugeln drauf, bis das Rohr voll ist. Das sieht doch... in Ordnung aus. Ich bin nicht sicher, wie gut es funktionieren wird, aber... Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Mhm. Das ist eigentlich ähnlich. Ja, willst du das Ding haben, oder...? Äh, egal. So. Okay. 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 Dann wollen wir mal. Der folgt uns jetzt. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Wir werden sehen. Okay. Okay. Er muss ihn... Er wird ihn ablenken. Dass ich vielleicht rein kann, oder? Junge, versuch mal diese Wache von der Tür wegzulocken. Wird gemacht. Ich wette, du kriegst mich nicht. Verzähl dich, du kleiner Scheißer! Moment. Ich habe noch eine Idee. Was wäre hässliches Brot, oder? Wir müssen es doch hier auch nur hinlegen können. Das sind doch viele Ratten, oder? Geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ach, Schiss. Bipp, kannst du dir nicht das hier geben? Für mich? Was ist da drin? Doch, keine Fischeier, oder? Ich hasse Fischeier. Das ist echt gut. Das ist große Klasse. Was ist das? Mir egal. Das ist echt genial. Vielen Dank. So satt war ich nicht mehr seit dem... Seit dem letzten Mal, als Mom ihr Abendessen gemacht hat. Was? Feeling young. Ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht füttern, aber egal. Hier, bitte, Junge. Zünd es nicht an, bevor ich es dir sage. Oh, Mann. Ich werde vorsichtig sein. Versprochen. Ich kann es kaum erwarten, das Ding brennen zu sehen. So, wir müssen es irgendwie anzünden. Irgendwo. Setz das Feuerwerk ein, um die Wache von der Tür wegzulocken. Ja! Hey! Hey! Guck mal hier! Hi! Hey! Hey! Komm zurück, du kleiner Scheiße! Ich denke, er kommt zurecht. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie es diesem Kommandanten geht. Was im Namen der Schatten seid ihr? Apostel! Ihr seid tot! Ja! Er wird dir nicht nochmal wehtun, Kind. Versprochen! Geh! Komm nicht mehr zurück! Geh! Komm nicht mehr zurück! Ihr seid nicht tot! Wie im Namen des Schattens! Ich... Ich bezahle euch! Ich mache euch reich! Ich verschaffe euch eine Begnadigung vom Turm und... Haltet den Mund! Ich brauche Informationen. Was meint ihr mit... Wenn ihr nochmal ungefragt redet, schneide ich euch den Schwanz ab und schieb ihn euch in den Rachen. Die Razzia heute Nacht. Ich... Ich... Weiß nichts über eine Razzia. Er wird lügen. Es sei denn, ich zeige ihm, was passiert, wenn er das tut. Es sei... Ich kann Folter nicht rechtfertigen. Ich werde ihn überzeugen müssen, mit mir zu reden. Und ich werde darauf vertrauen müssen, dass er mir die Wahrheit offenbart. Er wird lügen. Es sei denn, ich zeige ihm, was passiert, wenn er das tut. Es sei denn, ich füge ihm Schmerzen zu. Ich denke, er wird liegen. Wenn wir nur bedrohen, finden wir vielleicht gar nichts raus. Schwierige Entscheidung. Zeigen wir ihnen, dass wir es ernst meinen. Er wird ihn ja nicht gleich töten, er wird ihnen ja noch Schmerzen zufügen. Okay. Do it. Gerade ist eine Chance, zu sagen, worum es geht. Bei der Göttin! Nein! Nein! Ah! Ich war der Apostel. Ich brachte unseren Feinden Schmerz. Im Gegenzug beichteten sie und konvertierten, ohne Ausnahme. Ich wurde ausgebildet dafür zu sorgen, dass Gläubige ihren eigenen Göttern abschwören. Meint ihr, ich kann einen göttinlosen Kinderschänder nicht dazu bringen, seine Geheimnisse zu offenbaren? Bitte, bitte hört auf! Ich sage euch, alles was ich weiß. Heute Nacht wird eine Razzia im magischen Ghetto stattfinden. Kurz vor Sonnenaufgang. Kommandant Vermin führt die Einheit persönlich. Sie haben eine Liste. Magische Menschen, die den Widerstand unterstützt haben. Mutmaßliche Kollaboratöre. Es ist eine lange Liste. Sie haben vor, die meisten Magischen zusammenzutreiben. Sie auf die Inseln zu schaffen. Einige... Einige werden sie einfach töten. Ihre Familien, ihre Häuser werden niedergebrannt. Es ist eine Vergeltungsaktion. Für das, was in der Feste geschehen ist. Für die Waffenlieferung. Vermin will allen zeigen, dass die Aktionen der Rebellen Konsequenzen haben. Dass alle wegen des Widerstands leiden werden. Gehen wir das noch einmal durch. Sagt mir alles, was ihr wisst. Bitte, tötet mich nicht. Ich werde niemanden davon erzählen. Von euch. Das kann ich gar nicht. Sie... Sie würden mich hinrichten. Ich tue alles. Ich spiegeliere für euch. Ich gebe euch Informationen aus dem Turm weiter. Nur... Nur verschont mich. Bitte. Bei der Liebe der Göttin. Ich flehe euch an. Er hat viel zu verlieren, wenn er enthüllt, was hier geschehen ist. Aber ich kann es nicht riskieren. Und seine Verbrechen wiegen zu schwer. Es bleibt immer ein Risiko, dass er enthüllen wird, was hier geschehen ist. Aber wenn ich ihn am Leben lasse, könnte er von Wert für uns sein. Ihr Risiko würde bleiben. Er war schon ihn. Wenn ihr mich hintergeht, wird der Turm erfahren, was ihr getan habt. Selbst wenn sie euch am Leben lassen sollten, werde ich euch finden und euch dafür büßen lassen. Ja. Ja. Ich schwöre es beim ersten Berg. Ich werde kein Sterbensvöhrchen hiervon sagen. Ich werde euch alle Informationen geben, an die ich gelange. Alles. Ihr werdet an diesen Ort zurückkehren. Jede Woche, um einen Mittelsmann von uns zu treffen. Eure Wache wird glauben, ihr würdet noch euer... euer Mädchen besuchen. Na, natürlich, Apostel. Ich danke euch. Ihr seid still, bevor ich euch die Zunge aus dem Mund schneide. Ich lasse euch jetzt frei. Aber ihr bleibt hier, bis eure Wache an die Tür klopft. Wir werden es sofort wissen, wenn ihr euren Schwur brecht. Sehr gut. Eine Informationsquelle im Turm zu haben, ist wahrscheinlich besser wie einen getöteten Feind. Hey, Pip, geht's gut? Wo ist die Wache? Der Kerl ist in einem dreckigen Keller und steckt bis zu den Knien in Elkwan Mist. Er wird eine Weile beschäftigt sein. Das hast du gut gemacht, Pip. Was ist da drin passiert? Habt ihr bekommen, was ihr brauchtet? Ja, habe ich. Hör zu, du kannst nicht hier in der Altstadt bleiben. Die Asadi kommen. Ich hab keine Angst vor den Asadi. Trotzdem musst du weg von hier. Ich bringe dich in die Enklave. Dann bist du in Sicherheit bei... Ich gehe nirgendwo hin. Ich wohne hier. Was, wenn meine Eltern zurückkommen? Sie werden mich suchen. Hier bist du nicht sicher. Deine Eltern wären bestimmt glücklicher, wenn sie wüssten, dass du bei uns bist. Ihr wollt mich bloß in ein Waisenhaus stecken. Warte! Beim Schatten. Ach, Kinder. Und dabei hat man ihnen doch nun schon erzählt, dass seine Eltern wahrscheinlich nicht zurückkommen. Ja, gut. Was wirst du machen? Der General stellt Fragen. Ich weiß. Wir müssen Kien finden, bevor... Ich werde dafür sorgen, dass Hamis Aufmerksamkeit etwas anderem gilt. Die Razzia im magischen Ghetto heute Abend wird ein guter Anfang sein. Was hat er gesagt? Der General erzählte mir, dass meine Leute sich an die Geschichte halten, aber dass einige der Gefangenen Gerüchte verbreiten. Das ist nicht weiter wichtig. Bis zur nächsten Befragung werden sie nicht mehr leben. Du willst noch mehr Verdacht erregen? Sei kein Narren, Vaman. Nennt mich nie einen Narren. Dann benimm dich nicht wie einer. Mit wem hat er sonst noch gesprochen? Mit dem Aufseher. Dem... was? Ich dachte, du kümmerst dich um dieses Problem. Ihr seid diejenige, die sich darum sorgt, wir könnten Verdacht erregen. Ich konnte ihn nicht einfach hinrichten lassen. Es gibt Gesetze. Und jetzt hat der General einen Zeugen. Die Aussage eines Ungläubigen kann nie gegen einen Reinblütigen verwendet werden. Aber seine Worte können weitere Nachforschungen in Gang setzen. Der General wird sich bald mit anderen Dingen befassen müssen. Wir intensivieren die Deportation und wir sind kurz davor, die Maschine zu vollenden. Danach wird Kians Tod weit unten auf seiner Prioritätenliste stehen. Und in der Zwischenzeit wird der General Hinweisen folgen. Wie ich schon sagte, die Razzia heute wird ihn ablenken. Wie das? Sie wird nicht gut laufen. Die Rebellen schlagen zu, viele seiner Leute sterben. Unsere Truppen sind in höchster Alarmbereitschaft. Als Oberbefehlshaber muss Harmi für Ordnung sorgen. Er wird dir die Schuld geben. Und ich werde die Verantwortung übernehmen. Und handeln. Für seine Nachforschung wird wenig Zeit sein. Wenn die Lage wieder unter Kontrolle ist, werden andere Dinge Vorrang haben. Wir lenken den General ab, bis unsere Mission hier beendet ist. Und dann wird niemand... Sich gegen uns stellen. Ich hoffe, du hast recht. Das habe ich immer. Kommt her. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für... Ich bin hart wie Nirgali-Stahl. Das ist genau der richtige Zeitpunkt. Dieses Miese-Bärchen... Boah, wisst ihr, wie die klingt? Kennt jemand, ähm... Star Wars? Ähm... Die Knights of the Old Republic 2? Die klingt wie Bastila. Tut mir leid, dass ich spät dran bin, aber ich habe wichtige... Eine verwendete Minute könnte Leben kosten. Eno, kannst du uns sagen, was du in Erfahrung gebracht hast? Nicht viel. Niemand redet. Es gibt nicht mal Geflüster über eine Razzia. So langsam glaube ich, Ulwigs redseliger, betrunkener Asadi war vielleicht nur ein Prahler. Ha! Vielleicht nur ein Prahler. Ich bin schon zu lange unter euch Kerlen. Allmählich klinge ich wie ein mürrischer Krieger. Ich habe unsere Leute in der Altstadt aufgesucht. Sie stehen auf mein Wort bereit. Ich will sie nicht aus der Stadt abziehen, bevor wir sicher wissen, was los ist. Hoffen wir für sie, dass Eno recht hat und es keine Razzia gibt. Die Razzia findet statt, kurz vor Sonnenaufgang. Wir haben noch mehrere Stunden. Wie habt ihr... Hey, großer Blauer, lass ihn reden. Sie planen, so viele Magische wie möglich zu verhaften. Zusammen mit Sympathisanten der Rebellen. Es ist eine Demonstration der Stärke. Sie wollen uns Angst einjagen. Woher habt ihr diese Information, Kian? Aus einer zuverlässigen Quelle. Ich bin ihr begegnet, bevor wir... Die geheimnisvolle Frau. Ich erinnere mich an sie. Naja, ich erinnere mich, dass ihr von der geheimnisvollen Frau geredet habt. Sie ist eine Freundin von Ulwig, oder? Wir können ihr definitiv vertrauen. Sie hat mir von einem Assadi-Offizier erzählt, der ein minderjähriges Dolmari-Mädchen besucht. Und sie hat mir gesagt, wo man ihn findet. Er... er war mit einem Kind zusammen. Das... das ist krank. Und? Habt ihr ihn gefunden? Ja, habe ich. Sie werden von Norden und von Osten ins Ghetto kommen und mit einem Schiff jeden Verkehr über den Zwielichtskai absperren. Er meinte, das würde ihre bislang größte Razzia im Ghetto. Angesichts seines Ranges und der heiklen Situation, in der er sich befand, glaube ich ihm. Wie habt ihr ihn dazu gekriegt, euch all das mitzuteilen? Ich tat, was ich tun musste, um ihn zum Reden zu bringen. Er war nicht in der Lage zu lügen. Ihr tatet, was ihr tun musstet? Halt mal! Ihr habt ihn gefoltert? So seid ihr an diese Information gelangt? Ich bin... So was machen wir nicht. Oder? Also, ich hätte dasselbe getan. Davon bin ich nicht überrascht. Das klingt, als sei die Aussage vertrauenswürdig, Kien. Wir bereiten uns auf die Razzia vor. Und ich sage unseren Leuten, sie sollen die Altstadt verlassen. Wo ist der Offizier jetzt? Ich habe ihn gehen lassen. Er könnte sich in Zukunft als sehr nützlich erweisen. Wird er nicht direkt zu seinen Vorgesetzten gehen? Ich habe Informationen, die zu seiner Hinrichtung führen würden. Sollten seine Vorgesetzten die Wahrheit erfahren. Er wird den Mund halten. Aber ihr habt einen Kinderschänder laufen lassen. War das, weil er einer der euren ist? Und weil das Dolmari-Mädchen nur eine dreckige Magische ist? Diesen Affront werde ich so schnell nicht vergessen, Assadi. Meiner Ansicht nach habt ihr das Richtige getan, Kien. Ich meine, er verdient es für das bestraft zu werden, was er dem Mädchen angetan hat. Aber eine Quelle innerhalb des Turms zu haben, das könnte alles ändern. Naja, zumindest wissen wir jetzt, was heute Nacht passieren wird. So viel zu meinen Quellen. Wir haben auf eine Gelegenheit gewartet, den Assadi zu zeigen, dass wir nicht verängstigt weglaufen. Wir haben Magie. Mächtige Magie. Magie, die Bumm macht. Und zwar heftig. Vielleicht... Vielleicht können wir sie dezimieren. Ein paar dieser Hunde auf ihren geliebten ersten Berg sprengen. Ich wünschte nur, ihr hättet ihn nicht gefoltert. Manche Dinge sind einfach... nicht in Ordnung. Aber wenigstens habt ihr ihn am Leben gelassen. Das war definitiv die richtige Entscheidung. Selbst wenn Liko dem nie zustimmen wird. Mann, er mag euch wirklich nicht, was? Selb Problem. Was hätt ich machen sollen? Ihn liebfragen? Hey, wie sieht's denn aus? Würdest du uns nicht verraten, was ihr so vorhabt? Ach, übrigen, gespielt jetzt bei den Rebellen. Achso, es kann doch nicht schaden, wenn du mir alles erzählst. Ha, ha! Ah! Der kleine Bipp. Ich habe natürlich alles gesehen. Wer ist da? Du? Wie bist du denn hierher gekommen? Moment. Der Vogelkind... Wie war das noch mit dem... Donnerstag, 10. August. Wo war man letztens? Beim 30. Juli, ne? Also ungefähr 10 Tage. Oder jeden 30. Juli. Zehn Tage später ungefähr. Nein, denk nicht mal dran. Lass es. Lass es. Das Ziel aktualisiert. Äh, hallo? Ich setze das Ding hier sehr auf. Das kannst du abwagen. Mädchen. Wieso kann ich meine Ziele nicht angucken? Okay. Oh. zu sehen, was bei dem Gespräch mit Rieser rausgekommen ist. Bevor wir das machen, könnten wir allerdings noch ein bisschen im Tagebuch gucken. Oh, das letzte Mal hat sich mittlerweile auch schon eine Seite hinzugefügt. Ich war das letzte Mal beim 23. Juli stehen geblieben. Ich fasse es nicht. Dass es kein... Was? Dass es kein Sand ist. Ich habe gelesen, sie nehmen importierten Weltraumstein. Weltraumstein. Und der wird pulverisiert, aufgearbeitet und bestrahlt, damit er hey, wie Iroli Strahlung neutralisiert. Und daraus machen sie dann falsche Sandstrände. Warum nehmen sie nicht einfach Sand? Oder Stein von der Erde? Ist Weltraumstein so viel besser als Erdstein? Entschuldigung. Ich habe hier wieder mal den hyperaktiven Blatterstick. Wie dem auch sei. Toto. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns nicht mehr in Europolis. Triest. Ist genau, wie ich mir Triest vorgestellt habe. voller Europoliten, die vor dem Smog und dem Mief und der Hitze, dem Regen und der Verschmutzung geflohen sind. Um gefakt in Stränden Hautkrebs zu riskieren und sich in Hotels aus Plastikpolymeren Zeug reinzuziehen, das in Propas viel leckerer schmeckt. Plastikfutter? Plastikpolymeres Zeug reinzuziehen, ne? Plastikfutter, ne? Sie reden von Plastikfutter. Sehe ich das doch nicht. Und schwimmen geht gar nicht. Heutzutage im Mittelmeer schwimmen will, braucht schon einen Chemieanzug. Kein Vergleich zu den unberührten Sonnenstränden von Camps Bay oder Niguor oder sogar Sanzibar und jetzt vermisse ich Afrika. Aber warum ging es bei dieser Reise? Darum ging es bei dieser Reise auch nicht. Es ging darum, wegzukommen und zusammen zu sein und unsere Beziehung zu stärken. War etwas folbrig in letzter Zeit. Es war schwer für Reza mich bei sich zu haben und schwer für mich nach einem Jahr Koma übergangslos in eine Beziehung zu hüpfen. Schwer insgesamt. Es gab Momente, da habe ich mich gefragt, war das eine gute Entscheidung? Habe ich das wirklich gut überlegt? Kann ich mit den Folgen leben? Also ja, wir haben das gebraucht. Wir brauchen mehr solche Sachen. Wir sind beide so beschäftigt und konzentriert und pro pass, dass wir uns manchmal auf die Nerven gehen. Hier könnten wir uns entspannen, Frieden finden und jede Menge super guten Sex haben. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen, dass wir uns wieder auseinander entwickeln. Ich mache mir Sorgen, dass mein Bauchgefühl beim letzten Mal stimmte, dass Reza eher ein guter Freund, dass er ein Partner ist. Ich mache mir Sorgen, aber jetzt verschiebe ich sie erst einmal auf einen anderen Tag und konzentriere mich darauf, dass sie konzentriere mich darauf, diesen letzten herrlichen Sonnenstrahlen aufzusaugen. Und über den Sex konnte ich echt nicht mehr kommen. Sonntagnacht, Nacht, Nachtrag. Es ist wirklich spät, ich muss sehr früh raus. Reza ist in der Dusche und ich liege hier im Bett und stache die Decke an. Denke nach. Es war so stressig, wieder nach Popast reinzukommen. Überall sind jetzt I-Control-Punkte und ich muss schon seine Papiere vorzeigen, wenn man bloß in einen Bezirk in den nächsten will. Der reine Wahnsinn. Wir haben also fast eine halbe Stunde angestanden und plötzlich war die gute Stimmung vom Wochenende futsch und ich hätte heulen können. Hierher wurde es besser. Wir haben uns versöhnt. Hinterher wurde es besser, sorry. Wir haben uns versöhnt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Als hätten wir verschiedene Wege eingeschlagen und jetzt laufen sie noch parallel, aber bald driften sie auseinander und dann da kommt Reza. Ich glaube, ich bilde mir da was ein. Ich bin so müde und brummig. Gute Nacht. Ja, ihr Gefühl hat sich offenbar nicht getäuscht, weil die streiten ja ohne den Weg, das ist ja teilweise egal, was du hier sagst. Selbst wenn du ein Gespräch vermeinten willst, dann fangen die an zu streiten. Ich meine, von der Sache her, ich würde mal interessieren, was bei dem Gespräch rausgekommen ist, aber vielleicht ich lese mir das so gut dann leid. Drei Monate, 24 Jahr Luli, Moment, 23 Jahr, einen Tag danach. Drei Monate in Therapie, immer noch Fledermäuse im Kopf, hallo? Ich beklage mich nicht. Der Doktor macht seine Sache gut, vermutlich mein Kopf ist ein Chaos. Mir fehlt ein ganzes Jahr in meinem Gedächtnis, aber es wird besser, glaube ich. und ich will mich echt erinnern. Das ist vermutlich ein Schritt in die richtige Richtung, oder? Wenigstens schon mal das. Also gut, ich habe heute genug Zeit in meinem Kopf verbracht. Schluss mit der Psychotherapie. Liebes Tageblum, blicken wir nach vorne und konzentrieren uns auf die Gegenwart. Hinweis an mich selbst, hör auf, Hinweis an mich selbst zu sagen. Wenn ich bloß innerlich vor mich hin sage, klingt das ja schon komplett lächerlich. Ich will mich auch daran erinnern, mehr Fragen über dieses Eiding zu stellen. Es ist ein bisschen gruselig, dass die Leute wie Nela sie auf dem Kieger haben. Sie hat einen Imbisswagen. Himmel nochmal, was kommt als nächstes? Ausgangssperre? Noch mehr Verhaftungen? Ich will doch nicht in einem Polizeistaat leben. Liebes Tagebuch. Für den Fall, dass ich dieses Ding in ferner Zukunft irgendwann lese. Und wenn ich mal absolut nichts Besonderes zu tun habe, erkläre ich diesen Tag zum Tag der Bio-Schweinswürstchen. das ist das erste Mal wo sie beim Therapeuten war. Das ist schon ein paar Folgen her. Also hat sie schon davor noch eine ganze Menge reingeschrieben, was wir hätten noch lesen können. Aber gut, wir haben es ja nur getan. Das sind die Entscheidungen, die wir treffen. Was? Wir waren bei den Bio-Würstchen. Das sind die Entscheidungen, die ich treffen muss. Das sind die Konsequenzen, mit denen ich leben muss. Würstchen Konsequenz. Vollkommen Wurstige. Und ich will mir kurz Zeit nehmen, Zoe zu sagen, es ist okay, dass Reza so in seiner Arbeit aufgeht. Es hat nichts mit dir zu tun und es ist nicht deine Schuld. Es wird schon ehrlich. Was? 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 Ich meine, das ist doch der Sinn dieses Tagesbuch. Dinge aufzuschreiben, die meinen gegenwärtigen Ich eine Perspektive liefern und meinen künftigen einen guten Lacher. Genau. Montagnachmittag heiß, feucht, wieder wieder Tag im Büro Mira brüllt rum jemand bestimmt was ohne jemanden bestimmtes zu meinen und wirft Sachen nach Witt. Witt geht das an der Backe vorbei ich sollte Dinge erledigen die nicht das geringste mit meiner Jobbeschreibung zu tun haben. Oh Moment mal heute ist ein Tag an dem ich etwas erledigen soll das wenigstens ein bisschen was nach meiner Jobbeschreibung zu tun hat. Halleluja. Für ein paar Tests durch hat sie gesagt entwickle ein Gefühl für neuronale Programmierung hat sie gesagt ist ganz einfach hat sie gesagt naja nein das hat sie nicht gesagt aber ich glaube gemeint hat sie dieser bot ist wirklich scheiße scheißbot scheißbot war scheiße wenn er schon nichts konnte seinen namen hat er Ehre gemacht bravo scheißbot immerhin habe ich ihn vor dem schrotthaufen bewahrt keine ahnung ob das was gutes ist aber er weiß am ende rettet scheißbot noch irgendwie die welt oder was wahrscheinlicher ist er zerstört sich jetzt mal eine frage er hat uns ja damals aufgehalten dort rein zu kommen jetzt frage ich mich wenn wir nichts gesagt hätten wenn wir den den schrotthaufen überlassen hätten wäre er dann nicht an der tür gewesen das ist eine entscheidung die wird mich bestimmt verfolgen hätten wir dann vorher auswerten können und dann Queenie sagen können ja gut das wäre dasselbe gewesen sie hat am ende auch abgelehnt wer weiß aber interessant über solche folgen nachzudenken spät nachmittag so etwa wenn ich alt bin will ich Queenie sein ich will nicht nur wie sie sein ich will sie sein mit fliegenden teetassen und allem oh ja die fliegende teetasse war geil ich meine wie geil ist das denn fliegende teetassen mehr brauche ich nicht wenn ich alt bin oh entschuldigung es ist aber auch ätzend echt mal ganz ehrlich außerdem ist sie unglaublich aufmerksam und ihr verstand ist scharf wie ein käsemesser damit schneidet sie den Käse des Lebens in Scheiben ich weiß nicht wie sie mich so schnell dazu gebracht hat mich zu öffnen ich sehe mich gern als zurückhaltend und verstecke mich hinter unbeholften Witzen und Worten aber BAM hat keine 5 Minuten gedauert und sie hat mich geknackt wenn ich Roman nur annähernd was wenn Roman nur annähernd so wäre wie sie werden wir seit Monaten durch Roman wie Roman verstehe gar nicht na ist egal und dann fragte sie mich was mir wirklich wichtig sei ich habe ihr gesagt ich will mich wieder erinnern und so ist das ich hasse das Gefühl das ein großes Stück meines Lebens verloren zu haben und mir ist das wichtig was und es ist mir als gäbe es etwas in dieser verlorenen Irrung dass ich mir ins Gedächtnis zurückrufen muss damit es wieder vorwärts geht vielleicht ist das auch bloß ein cleverer Taschenspielertrick um mich gefügig zu machen wie könnte ich nach so etwas nein sagen wenn sie mich um etwas bat ja natürlich war es eine Art Taschenspielertrick ich bin die sie hat uns prima für sich eingespannt oh man bewegt dich doch mal nach oben danke also jetzt eine Aufgabe so etwas wie eine Gral suche nur suche ich keinen Gral sondern irgendein Gör Heiliger Gral heißt Hanna Görnsuche nicht okay ich kann mich noch das letzte Mal daran erinnern als ich auszog um jemanden verschwundenes zu suchen das ist gut gelaufen wer war das verfluchte scheiße was war das verfluchte scheiße sorry für die Fäkalsprache aber mal ehrlich woher wusste dieses Mädchen meinen Namen ich bin nicht im Iris System ach sie redet gerade über das Mädchen was wir vor dem Tower getroffen haben diese kleine Mädchen was wir in der Traumwelt da wo wir die vor dem Schrank gerettet haben ihr erinnert euch sie kann mich gar nicht gesehen haben also woher kannte sie mich verflucht scheiße gut sie denkt jetzt früher nach sie muss mich verwechselt haben das war welches Geräte es war es war nicht in ihrem Traum es muss da draußen eine andere Zoe geben die mir ähnlich sieht eine Doppelgänger aber trotzdem trotzdem kam sie mir bekannt vor genau deswegen platzt man nicht in private Unterhaltung ein Zoe lebe 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 lerne ich weiß nicht was da zwischen Nela und ihrem freund was was da zwischen Nela und ihrem freund was war Mensch sorry tut mir leid für den trotzdem als ich Nela nach Hannah gefragt habe ist sie ziemlich ausgemischen warum hat sie gesagt ich solle aufhören zu fragen was sollte das denn ich muss Nela noch mal fragen wenn sie was laune hat ein paar tagen eine woche vielleicht genau sagen mir in einer woche oder zwei zwei klingt gut ich muss mir das aufschreiben wenn sie dann meine leiche aus dem fluss ziehen wissen sie wenigstens wer es getan hat dass man im Pro Pass nicht erstens Wasser trinken nach zwei Uhr morgens im White was Swallow aufhalten was auch war das für ein Laden ist auf der Cabrova abhängen es sei denn man ist scharf auf unsittliche Angebote sich mit Mr. London anliegen heute kann ich alle vier von der Liste streichen was ich konnte nicht zulassen dass dieser feigling London Parodi was tut also steht er nicht mehr auf meiner Liste dafür stehe ich wahrscheinlich auf seiner ich sollte übrigens kantonesisch lernen hallo kochend heißer montag bist du doof mera hat mir also heute freigegeben ohne erklärung und aus gründen die ich vermutlich gar nicht wissen will man dieser stick ich gehe kaputt bewegt dich doch mal noch ein mini stück nach unten ich spazle es tut mir reit leider aber das ist echt ätzend ich nehme es alle maus so ich kann mich kann ich mich auf komplette unwissenheit berufen kann ich wahrscheinlich ich sehe sehr unschuldig aus geschenken gaul und so weiter ich will mich nicht beschweren aber okay klar das bedeutet weniger geld am ende der woche aber ein extra take um ziellos durch pro pass zu wandern und mich ein bisschen zu langweilen win natürlich muss ich erst zur therapie wir wissen ja alle was ich davon halte an die zukünftige soe oder meinen neugierigen kinderenkel irgendwelche hacker ich bin nicht unbedingt begeistert davon oh ja sehe ich ähnlich äh bis auf die gelegenheit roman war dieser das war der therapeut ist klar roman wenn das vermutlich etwas ist über das ich reden sollte ist äh es auch das worüber ich am allerwenigsten in der ganzen welt reden will zumindest jetzt noch nicht wir haben schluss gemacht äh wir haben uns gestritten ich ließ ihn gehen ich habe mir keine Mühe gegeben mit ihm zu reden oder mich wieder mit ihm zu vertragen tage verging und jetzt ich weiß nicht ich bin mir nicht sicher warum ich nicht darum kämpfe ist kein gutes zeichen es ist traurig nach alledem was risa und ich durchgemacht haben nichts übrig bleibt aber die vergangenheit ist kein grund um zusammen zu bleiben also sehen wir mal was passiert positive so freier tag ja ja natürlich haben wir nicht gekämpft aber mal ganz ehrlich also ja besonders bemüht hat er sich jetzt auch nicht und auch dieses reden und dann dieses ja ich sag mal diese Art und Weise von ihm das geht irgendwie gar nicht klar er steht dann da und sagt lass mich ausreden in dem Ton der keine Ahnung der einfach kontraproduktiv ist also von daher wüsste ich nicht wo er sich da Mühe gibt also sie brauchst sich da eigentlich nichts vorwerfen Donnerstag wirklich schön was nächster Donnerstag also scheiße wieso hä scheiße Donnerstag wirklich ja welcher Donnerstag hier steht kein Datum mehr liebes Tagebuch gibt es was Neues ach nichts mach mir nur jede wache Minute Gedanken darüber ob ich das richtige getan habe sonst nichts ich spiele das wieder und wieder in meinem Kopf ab hab ich Mist gebaut als ich bei Rudi die Daten gab äh wissen wir ne ich habe noch nichts gehört ich hoffe die Story wird nicht vergaben ja das hoffe ich auch vielleicht hätte ich eine Kopie der Daten anfertigen sollen aber dann hätte Baruti Bescheid gewusst und äh was und es hätte sich so untreu angefühlt ich bin bestimmt naiv aber kenne Baruti nicht einmal so gut wir haben außer der Arbeit nie viel miteinander zu tun gehabt ich würde ihn als Freund bezeichnen aber nicht als engen Freund woher weiß ich dass ich ihm mit einer so großen Sache vertrauen kann war das alles eine Enttäuschung damit er die Daten schnappen und für was weiß ich seine eigenen Zwecke benutzen könnte nein ich weigere mich zu glauben Entschuldigung ich suche wo ich gerade stehen geblieben nein ich weigere mich zu glauben dass Baruti ein ehrlicher Typ ist Entschuldigung nein ich weigere mich dazu glauben Baruti ist ein ehrlicher Typ und er hat vermutlich noch seine Gründe zu schweigen aber ich habe das Gefühl dass ich nach ihm schauen sollte um zu sehen was vor sich geht das gefühl habe ich auch komm schon man ey das nervt man hätte ja wenigstens seitenweise plattern können das wäre schon mal relativ einfach gewesen also das würde die bedingung mit dem gamepad deutlich erleichtern was das blattern geht ich habe ich habe immer noch für den was ich arbeite immer noch für den wahlkampf zumindest theoretisch es gab zwar in der letzten Woche nicht viel wahlkampf arbeit aber das ändert nichts ich trage verantwortung ich habe seit montag kaum mit risa gesprochen das war so eine furchtbare schlimme unterhaltung was ich habe seit montag kommentiert das war eine vorsprache schlimme unterhaltung gestelzt gestelzt und künstlich als ob wir uns kaum kennen würden wie kann das nach jahren von freundschaft und ab und zu auch mehr überhaupt sein wie konnten zwei menschen die sich noch gegenseitig lieben sich zusammen so unbehaglich fühlen weil es genau das war unbehaglich ich denke mal deswegen hat sich niemand von uns beim anderen gemeldet aber das kann nicht so weitergehen wir müssen ja reden Freunde bleiben das ist möglich ja Frage ich bin dumm ich bin dumm und idealistisch ich weiß aber verdammt noch eins ich muss dich du musst dich zusammenreißen nach alledem was wir zusammen erlebt haben können wir nicht als Freunde auseinander gehen wie dem auch sei ich muss mal bei baruti vorbeischauen ich mache mir langsam Sorgen ich mag die Funkstille nicht ich hoffe Mira lässt mich heute früher gehen ich habe immer einen guten Grund nicht dass Mira irgendwie überzeugen würde sie hat noch nie einen guten Grund gesehen den sie nicht hasst ich bin mir sicher ich bin mir nicht sicher wie glücklich ich bin dort zu arbeiten ich lerne langsam aber Mira ist ein Miststück mit brillant mit es brillant aber nicht unbedingt gesprächig also eigentlich gar was eigentlich sagt er überhaupt nichts die bezahlung ist lausig ich darf nicht einmal machen wofür eingestellt wurde verdammt wenig programmieren und umso mehr herumlaufen und blöde besorgung erlegen es bezahlt die Rechnung sogar was es Entschuldigung es bezahlt die Rechnung so gerade aber ich bin nicht glücklich überhaupt nicht vielleicht ist es an der Zeit mich nach etwas anderem umzusehen vielleicht hätte ich doch wieder zur Schule gehen sollen Entscheidung Scheiße Entscheidung ja genau von Baruti hat sie nichts gehört von Risa will sie sie ist sie von der Beziehung enttäuscht will aber nicht als Freund auseinander gehen weil sie der Meinung ist dass einfach zu viel war ja und von Mira ist sie gerade ein bisschen angepisst gut sei es drum ich mache hier erstmal einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich will dieses Ding überhaupt nicht aufsetzen aber so gar nicht na gut ich habe das Gefühl wir haben keine andere Wahl ich kann hier weder mich umziehen und rausgehen noch irgendwie was anderes machen von daher nehmen wir uns zur Sache das nächste Mal den Dreamer vor bis dahin macht's gut tschüss tschüss